Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zur letzten Folge von Hockey Ultimate Team in Division 3. Ja, wir haben ja jetzt tatsächlich endlich den Aufstieg in Division 2 klar gemacht, müssen aber noch in Division 3 um den Meistertitel spielen. Da steht jetzt das letzte Spiel an, würde ich sagen, da gehen wir direkt rein, weil ich will jetzt diese Division endlich hinter uns lassen. Ich will in Division 2 hoch und mich da festsitzen, wenn nicht sogar direkt weiterspringen in Division 1. Das muss doch endlich mal möglich sein, nicht wahr? Wir haben das Team dafür, gut, es gibt natürlich noch deutlich mächtigere Teams, aber prinzipiell... Ja, wir werden sehen, wie es läuft. Wir spielen jetzt gegen Olof Stroms Iga. Scheint Schwede oder sowas zu sein. Schwede, Norwege, Finne. Ein Dene vielleicht, wer weiß das schon. Ja, auf jeden Fall, wir suchen... Der hat einen Sedin. Und Sedin hat er, alles klar. So, die deutlich wichtigere Frage ist eigentlich wieder, wer ist sein Goalie? Das ist immer die alles entscheidende Frage. Ein Wheeler hat auf dem rechten Flügel Sedin als Center. Und ich glaube auch ein Sedin auf dem linken Flügel, wenn ich das nicht gesehen habe. Also er hat die Sedin-Zwillinge. Und das war schon ein Icing. Geht sehr gut los für ihn. Nicht. So, Backstrom am Bulli gewinnt das. Auf Kronwald, der schießt einfach mal. Nochmal wieder Backstrom da. Oh, Schuss wird geblockt. Was war das denn? What? Alles klar, sein Sedin macht das 1-0. Da war ich gerade noch ein bisschen unsortiert. Henrik Sedin. Auf Vorlage seines Bruders. Daniel Sedin, glaube ich. David, Daniel, irgendwie sowas. Ja komm, so schön war dein Tor jetzt auch nicht, dass du es dir 5 machen gucken musst. Aber gut. Die Sedin-Zwillinge haben zugeschlagen. Und Jim Moore am Bulli kann sich nicht behaupten. So, da hätte ich jetzt auch gerne eine Strafe gesehen für Torwartbehinder. Erinnerung, aber nö. Und Jamie Benn genau im Gegenzug mit dem 1-1. Und ich glaube, er hat einen Valamov im Tor, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Sah nach einem Valamov aus. Gimler kann den Pass leider nicht mehr anbringen. Sonst wäre es gefährlich geworden. Äh. Nee, da passt ich jetzt nicht so wie geplant. Der war dann schon besser. Auf Iginder. Und da gibt es eine Strafe gegen ihn. Aber vielleicht müssen wir die gar nicht ziehen. Iginder passt und der ist im Tor. Was war das denn? Ne, warte mal. Er hat einen von den Red Wings. Das ist nicht, äh, Valamov. Das könnte Smith sein. Das könnte Smith sein. Echt? Du haust ihn nur von hinten drauf? Wie öde ist das denn? Und Ogposo mit dem 3-1. Was ist denn hier los? Jeder Schuss ein Treffer. Alter Schwede. 8 Minuten gespielt. 4 Tore gefallen. Äh. So. Das ist schon ein merkwürdiges Spiel. Von solchen haben wir nicht viele. Sag mal. Der muss mich ja jetzt schon als Cheater bezeichnen. 4-1 nach 8,5 Minuten. What the fucking hell. Und das ist eine Strafe. Ja, gut. Das sehe ich ein, dass das eine Strafe ist. Das war ein böser Check von hinten. Wollte ich eigentlich auch nicht so spielen. Äh. Ja. Okay. Da gibt es noch eine Strafe. Wofür das denn jetzt? Wofür gibt es denn da jetzt eine Strafe? Ich habe den Spieler nicht mal gesteuert. Behinderung. Das war doch ein Witz. Bullshit. So, O'Reilly gewinnt das Pulli. Pop kommt wieder zu O'Reilly. Oh, ich habe Check davon an so O'Reilly. Ich lasse es safe von Crawford. Ich lasse es safe von Crawford. So, wir hauen den Puck einfach raus mit O'Reilly. Wir sind in doppelter Unterzahl. Da können wir uns das erlauben. Jürgen Moore bringt den Puck raus. Bringt ihn sogar in die Nähe des Tores. Kronwall hammert einfach mal drauf. Backstern bleibt dran. Boah, wird dann umgehalten. Hämmert. Ne, so war das nicht geplant. Warum bohren sie denn jetzt hier? Wir haben Feiertag und es ist mitten in der Mittagskur. Achso. Oder? Ja, 14 Uhr auf dem Feiertag. Der hat doch einen Arsch offen, wenn der auch immer da bohrt. So, Eginder wird hart aufgehalten. Aber gut, das Spiel muss sich ja jetzt auch mal wieder ein bisschen beruhigen. Das ist ja nicht feierlich, was wir hier zum Besten geben. Alter, Junge. Hörst du mal auf zu bohren jetzt hier? 2-on-1-Opportunity. Hui, da wird der Puck vom eigenen Verteidiger abgefälscht. Und kommt darum beinahe gefährlich aufs Tor. Ach ja. Und das war eine Abseitsposition. Und ich habe damit gerechnet, dass er schießen wird. Jopp, der Typ ist schon aggro. Kann ich nachvollziehen. Nach dem ersten Drittel steht es 4-1. Es stand noch nicht mal 10 Minuten. 4-2-1. Das ist kranker Shit, Leute. Das ist richtig harter Tobak. Oh, er kommt noch zu einem Schuss. Aber Crawford ist da. Hält gut. Und damit steht es 4-1 nach dem ersten Drittel. Das wohl verrückteste Drittel meiner, äh, 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 hier, ne? NHL 15 Karriere. Damit hat doch echt keiner gerechnet, dass das Spiel so jetzt laufen wird. Gute Saves von Crawford da. So, Puck kommt zur Hossa. Da wurde ihm ein Bein gestellt. Strafe. Powerplay. Tor. Mal sehen. Jyn Mour am Bulli. Ihr Winter ist auf. Lasic. Puck wird abgefälscht. Wieder zu Jyn Mour. Und wir laufen hart in den Konter. Wir laufen richtig hart in den Konter. Und dann, Alter, macht er das 2-4. Das war natürlich ein bisschen blöd von mir. Oh, ernsthaft? Du guckst dir jetzt dein Tor wieder an. Ja, das ist ein Tor, auf das man richtig stolz sein kann, Meister. Hast du richtig toll gemacht. Boah, ey. Der Typ geht mir jetzt ziemlich auf den Piss. Aber gut, müssen wir mit leben. Backstrom am Bulli. Gewinnt das. So, Alfredson. Ach, der hat auch einen Crawford? So kann's nicht mal jetzt hier. Hoppala. So, Alfredson geht rein ins Angst Drittel. Verliert den Puck schnell wieder. Und er kommt durch. Spielt den Pass. Den lassen er nicht durch. Bextrem haut ihn ordentlich schön um. Alfredson geht rein ins Angst Drittel. Schöne Kombi da. Können wir da nicht nutzen. Von Buntlcheck hat der Sherry hier jetzt auch noch nichts gehört. Alter, schwer. So, Alfredson auf Iginla. Der zu Jim Moore. Und der leider nicht ein ins Tor. Jim Moore holt sich aber schön den Puck wieder. Spiel zu... Jamie Benn beinah. Leider nur beinah. Passt zu Ben kommt wieder nicht an. Na. War der mit dem Howard spielt da? Warte mal, um gerade Crawford gelesen zu haben. So, Puck zu Jamie Benn. Der hält den M-Angriffs Drittel drin. Spielt drüber auf Flasic. Kann den noch nicht verwerten. Und jetzt ist der Puck wieder weg. Und da gibt es natürlich wieder eine Strafe gegen Milch. Wäre ja auch langweilig, wenn nicht. Ach, Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, gut. Die doppelte Unterzahl gegen ihn haben wir schon überstanden. Und dann werden wir wohl auch die einfache wieder überstehen. Alles klar. Macht dann Fehler. So, Backslum bringt den Puck wieder raus. Sehr schön. Die Gingler ebenso. Backslum jetzt mit dem Konter. Aber scheitert an Howard. Schade. Schöner Versuch. Äh. Okay. Und das hat er tatsächlich mal als eine Torveränderung angesehen. Meine Güte. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. So, Copita verliert das Bulli. Passt ja nichts. Ja, das war ein Abseits-Stellung. Sehe ich ein. Das war ein Ab переход. 7,52-Stellung. jetzt liegen im 2.50 oder 7,52 Sekunden noch in diesem Tretter ich glaube 7,52 ist noch so Copitor am Puddy verliert das schon wieder ja gut ah, Skinner Mensch so, Jamie Ben geht rein ins Angustritt mit ne Menge Tempo auf Jill Moore auf Jill Moore Oposo scheitert in seinem Hau mit nem guten Save jeder meines Erachtens auch ein Bein stellen aber gut wir wollen ja nicht so sein ah, Jim Moore mit nem guten Versuch da so, Skinner rein ins Angustritt zurück auf Hossa der versucht den Puck rüber zu Jim Moore zu bringen kommt nicht an und das war ein schöner Save von Crawford wieder 4 zu 2 noch eine Minute ungefähr zu spielen am 2. Drittel es konnte tatsächlich nochmal eng werden aber wir wollen mal nicht zu äh Filzert reinblicken im Idealfall schießen wir jetzt einfach nochmal ein Tor aber nein machen wir leider nicht das war ein Tor und 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 das war ein Tor da stehen wir zwar mit drei Leuten direkt vorm Tor aber keiner kriegt den M-Tor unter aber keiner kriegt den M-Tor unter von daher 4 zu 2 nach dem 2. Drittel damit kann man noch arbeiten 2 Tore Führung ist komfortabel ist haltbar mal sehen ob wir das auch hinkriegen wenn ja ist der Meistertitel unser 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 so, Backstream hat seinen Stock wieder bekommen Spiel zu Jamie Benn der geht rein ins Angus Drittel mit einigen an Tempo wird er allerdings komplett allein gelassen kommt er fast zur Opposer nicht an so, aber er ist nicht clever genug um ordentlichen Trick auszuführen von daher konnte Giordano den Pupp ganz simpel anfangen was war das denn jetzt oh man, Crawford jetzt macht es doch nicht wieder unnötig spannend ja, sein Zach Paris macht das 4-3 das könnte jetzt fast eng werden Leute, da müssen wir uns jetzt mal schon anstrengen so eine Scheiße hier ich dachte eigentlich, wir haben den Gegner schon so halbwegs gebrochen aber mal gucken ja komm, jetzt mach Renner hier ich will spielen Kopitar am Bulli verliert das Kopitar auf Scanner Scanner rein ins Angus Drittel mit Geschwindigkeit wollt zurück auf Kopitar spielen was kam nicht durch ach so ich glaube nicht, Meister mit solchen Spielzügen fangen wir hier gar nicht erst an da zerbricht der Stock von Kumpeter da zerbricht der Stock von Kumpeter er wird und da war ein Stockschlag von ihm da war ein Stockschlag von da Erprobe, nicht für uns. So, können wir jetzt mal bitte den Puck bekommen? Nein, scheinbar nicht. Alter Schwede, was ist denn hier jetzt da los? So was sind auch Fouls, aber gut. Kümmern sich natürlich kein Schwein rum. Gut gestört von Karls Sonder. Ach so. Schöner Pass von Hossa auf Jim Moore. Ah, Jim Moore will da rüberlegen auf Jamie Venn. Pass wird abgefangen. Und jetzt laufen hier plötzlich ein Konter rein. Oh, da macht er ernsthaft den Ausgleich. Weil wir zu blöd spielen. Wir nutzen unsere Chancen nicht. Wir lassen ihn wieder rankommen. Dumm von uns. Richtig dumm von uns. Also von mir. Hier können wir ja natürlich nichts für. Ja, mal sehen, ob er jetzt das Spiel noch komplett dreht. gut. So, Puckse. kapitel das kommt nicht an keine absatzposition bei ihm bei mir sind solche aktion immer abseits aber gut wir kriegen den puck nicht weg von daher wird das jetzt ich will es wahrscheinlich gleich äh äh hallo? faul und so? wie war es mit einem Fisch? stock aus der hand geschlagen? oh scheiße da bin ich aus Versehen auf dem Knopf zum passen gekommen und Ogposo macht 30 Sekunden vor Ende das 5 zu 4 ach scheiße ich wollte mir das Tor noch angucken wieder und wieder um den Typen zu ärgern na egal da sieht man einfach so Giordano schön den Kopf gesteilt geht nochmal rein ins Angstritte spielt rüber auf Ben und der macht das 6 zu 4 15 Sekunden vor Ende des Spiels und ich finde das war so ein schönes nein egal ich mach nicht so einen Kack aber jetzt ist er abgefuckt und will nicht überspringen dann gucken wir uns die Wiederholung halt doch an tja gut damit sind wir wohl Meister der Division 3 würde ich behaupten 15,4 Sekunden auf wir für mit 2 Toren 6 zu 4 der Spielstand verrücktes Spiel richtig verrücktes Spiel und er steht auf Karo alles klar ja komm ich finde es richtig schwer einem unkontrollierten Spieler den Puck abzunehmen ich weiß nicht warum aber das kann ich nicht ordentlich ähm ok 1013 Münzen das ist ziemlich nice Division 3 Titel gewonnen finally alter Schwede jetzt gehts in Division 2 dort brauchen wir nochmal wieder einen Punkt mehr zum Aufstieg huch ne sofort Wiederholung wollte ich nicht machen Entschuldigung so Spiel wirklich beenden ja das wollen wir alter Schwede endlich lassen wir Division 3 hinter uns gehen hoch in Division 2 haaah 89.000 Münzen und ich verstehe noch immer nicht wie man die äh 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 ich muss mich nochmal einbilden so machen wir mal soo tutorials Team löschen ja genau ich möchte mein Team löschen nicht tauschstapel was haben wir da jetzt noch offenes den Reimer haben wir verkauft den Reimer haben wir verkauft Warnack ist noch offen Pommenville Wilson rechter Flügel äh rechte Verteidigung auf linker Verteidiger Böttger Smith Pallet und noch ein Böttger sind offen alles klar 89.000 Münzen haben wir ja Leute ich danke euch vielmals fürs zusehen wir sehen uns nächstes mal in Division 2 wieder da geht es dann bestimmt richtig zur Sache aber ich freue mich drauf das wird fett das wird richtig geil also habt eine schöne Zeit wir sehen uns morgen wieder dann geht das erste Spiel in Division 2 los haut rein ciao